Guten Tag und Willkommen zum nächsten Part Von Crosax, ne Wir waren hier unten stehen geblieben Österreich anzugreifen Das werden wir jetzt auch weiter tun Die haben auch schon 18. Jahrhundert Was kämpfen die denn? Beep, 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 beep Alles niederreißen Sieht aber nicht schlecht aus Sieht sehr gut aus Oh, fuck, fuck So, die blauen sind nieder, würde ich sagen Oh, ich hab mich gar nicht auf mein Dorf konzentriert Oh hier, das muss weg Alles niederreißen Die Rangen sind da bei mir Die werden aber auch grad überrannt Beep, beep, beep Verstanden da mal Guck mal da Loin Oh, hier sind noch mehr Oh, good boy Good boy Good boy Good boy Beep, beep Was gibt's denn hier noch so schön Oh, noch Eine Kaserne Alles vernichtet Was Was Ist denn hier schon wieder Was ist denn hier noch so schön? Ich laufe andauernd welche rein. Gibt's doch nicht, ja. Oh, vergessen Timer anzustellen. Egal. Junge, Junge, Junge. Hier stehen noch welche. Läuft da sch... Einfacher läuft da jemand durch. Dass sie sich nicht schämen, ne. Möp, 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 Möp. So, hier stehen auch noch welche. Ich glaub, die Österreicher sind dann ein bisschen vernichtet. Nicht gegen Österreicher, aber... Ist halt... Das Spiel, ne. Wieso kommt denn hier immer eine Person durch? Geht gar nicht. Ach, ein Trommler. So. Theoretisch müssten wir ja dann doppelt Ressourcen haben. Guck mal, hier kommt immer einzelne Personen, das geht gar nicht. Warum macht man sowas? Nimm mal diese Computer. Äh. Ờ. Theoretisch stavat. Die schritte. atching. Die schritte. Die schritte. Die schritte. Die schritte. Die schritte. Die schritte. Wo haben wir die denn, hier? Meine schönen Bauern. Habe ich gar nicht gesehen. Aber naja, egal. So. Hier, ihr könnt mal da unten als Schutz hingehen. So, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Habe ich eigentlich schon erforscht. Stein, nein. Noch gar nicht. Das ist ja unbeschämt. Ah, ich weiß also. Noch mehr Bauern, noch mehr Bauern. Was leckt denn das jetzt so? Nur weil ich ein Video hochlade? Oder eigentlich müsste es schon online sein. Ist heute viel zu spät ausgekommen. Viel zu spät. Aber das kann man ja mal verkraften. So. Was mache ich denn mit 170 Bauern? Oh, der eine ist ausgebaut. Der eine Mini-Junge! Ich glaube, wir greifen Orangen schon. Ja, Orangen gucke ich gleich, wer das ist. Das sind die Franzosen. Das war's. Vielen Dank. auch ausgebaut ich sehe gleich eigentlich müsste der Part schon lange ich war ja zu dumm und die Teilnehmer zu stellen so stürmisch draußen so hier müssen auch noch ein paar so ich kann nicht gleich mitnehmen so so Part vorbei deshalb guckt mal unten in die Videobeschreibung dort ist Twitter und Facebook verlinkt lasst ein Abo da wenn es euch gefallen hat dann verpasst ihr kein Video mehr auch wenn es manchmal ein bisschen später kommt aber es kommt wenn dann schreibe ich es irgendwo hin Facebook, Twitter oder so äh ja wir sehen uns dann im nächsten Part wo es gegen Frankreich geht und ich sag tschüss bis denne tschüss tschüss dann bis Untertitelung des ZDF, 2020